So Leute, also gehen wir jetzt mal den ganzen Salat durch, ich habe schon die Szene vorbereitet, okay, total egal was jetzt als nächstes kommt, also Millennium hat es gerade geschafft mit einem sehr intelligenten TP von Kaze, der das Minion unverwundbar gemacht hat, den Turret zu bekommen, okay, sie haben den Tank gegen eine der solidesten Schadensquellen von Inspire Esports getauscht, okay, wohl das ist tot. Sie haben den Inhip bekommen und jetzt hat man schon zwei Möglichkeiten, na, ich könnte ja hier meine Maus sehen, entweder man geht, okay, man geht, die haben zwei offene Inhips oder man nimmt den nächsten Inhip, na, was machen sie? Anstatt nach oben zu gehen, straight nach oben, gehen sie hier erstmal zum Turret, interessiert niemand, das einzige was du hier kriegst ist Free Damage, Boots, Free Damage für Inspire. Weil, warum sollten sie hier so nah dran gehen, wenn hier ein Minion ist, worum sich Inspire kümmern muss? Free Damage. Max Lockers hier natürlich auch ein bisschen, aber ratet mir, was er kann, er kann einfach da hochgehen und sich heilen. So, Hans Summer. Warum hier Druck aufbauen? Geht einfach nach oben, das sind noch Vasallen und da ist ein nackter Inhibitor. Macht der Damage hier am Turret? Total egal. Hans Summer, somit gesplittet. Master, also das Q war hier gut gedodged, immer noch gesplittet. Immer noch gesplittet. Und splittet sich noch härter. Da oben ist Thrash. Du gehst einfach zum Thrash, sagst, Laterne bitte. Wupp, nimm die Laterne. Macht er nicht. Hans Summer ist tot. Da kommt die Laterne, by the way. Gut, ist tot. Pretty ist damit auch abgeschnitten. Weil, wo ist die Laterne? Die ist nach unten geworfen worden. Du hast die Laterne auf eine Leiche geworfen und hier oben eine weitere Leiche produziert. Tot. Oder gleich, erstmal Ei und dann tot. Yo. Okay. So, das war schon mal fail. Es war nicht schlimm. Ich habe ja im Cast-Hub gesagt, das ist noch okay. Weil, du hast zwei Inhibitoren. Immer noch down. Relativ down. Und einer ist oben nackt. Okay? Nackt. Auf du. So. Was passiert als nächstes? Kann man das eigentlich beschleunigen? So, dann gehen wir hier nach vorne. So, dann bauen sie hier Druck auf. Wo ich einfach sage, yo, kann man machen. Neben den Turret ist ein fairer Tausch. Den hätten sie niemals bekommen. Nie. Weil Hans-Sam hätte geultet, die Masallenwelle gekillt. Oder Pretty wäre einfach da gewesen. Kriegen also den Turret. Sie kriegen den nächsten Turret. Und sie kriegen den Inhib. Hier kann ich auch sagen, ist okay. Selbst hier war ich so nett und habe gesagt, ist okay. Die Wind Condition ist immer noch gegeben. Du hast Kase, der drei Items hat. Bei drei Items flackert den hier oben der Monitor. Okay? Der färbt sich grau. Weil die hier übelsten Damage machen. Der kann nicht gegenhalten. Kann er nicht. Tut mir leid. Ist so. Dann machen die hier Blödsinn. Blödsinn machen die hier. Die jagen den hinterher. Wieder... Einfach Damage. Sie wollen natürlich versuchen, dass die Bordlane pusht. Das hätten sie... So lange kannst du die gar nicht ablenken. So. Da hätten sie, statt hier zu nerven... Generell hätten sie ja eh nichts verloren. Aber anstatt zu nerven, schick Kase hoch. Lass sie ihn Split pushen. Und der Rest geht in die Mitte. Und pusht die Supervasallen raus. Die man jetzt offiziell Supervasallen nennen kann. Da wäre niemand gewesen. Da wären Holzvasallen. Die hättest du gepusht. Gepusht, gepusht, gepusht. So. Da wärst du hier. Irgendwann. Und dann... Die Toplin wäre hier. Man kann immer ab... Ihr macht folgendes, ne? Du lässt einfach... Morgana sagst schon. Du lässt hier Anivia und drei andere Lappen hier einfach pushen. Du lässt Thresh hier hin und her tüdeln. Erstmal übelst worden. Weil das nächste, was du machen willst, um nen sicheren Sieg einzufahren, ist den Frickin' Baron. Haust also hier tausend Worts hin. Das macht der Thresh. Der Thresh sichert dadurch automatisch Kase ab. Wenn die zu dritt da hochgehen, wirft er die Laterne und jeder ist sicher. Der einzige, der wirklich am gefährdetsten ist Kase selbst. Aber dafür ist sein Team da. Dafür hat er sein Team gepusht. So. Das machen sie jetzt auch, ne? Sie pushen jetzt ein bisschen in die Mitte. Und bereiten jetzt so langsam die Vision vor. Okay? So. Sie hätten jetzt aber nicht alleine Pretty pushen lassen, sondern alle sollen pushen. So. Seht ihr das? Sie bereiten die Vision vor. Wer hätte es gedacht? Denn der Baron führt zu einem 199%igen Sieg. So, jetzt lassen Sie Pretty hoch statt Kase. Er ist aber trotzdem im Laternenreich weiter, okay? Versteht ihr? Der Thresh ist hier, ist ein Laternenrange. Und jetzt geht's gleich los. Die Geister werden ausgesendet. Ist total egal, weil Geister können keine Worts clearen. Können sie nicht. So. Da macht der Hans hier übelsten Blödsinn. Das ist schon übel gefährlich. Die Kette gesessen hat. Der hat ja nur halbe AP gehabt. Halbe AP ist schon kritisch. So. Machen sie weiter. Machen sie weiter. So ein bisschen Druck kann ich verstehen. Aber sie haben ja eh die Vision. So. Toplane ist jetzt rausgepusht. Das heißt, entweder alle. Alle. Toplane. Weil der ein nackter Inhib ist. Oder nur einer. Kase hat bald wieder TP. Selbst darauf hätte man warten können. Bis er TP hat. Kase pusht jetzt aber allein die Mitte. Und was macht der Kollege hier? Was zur Hölle macht der hier? Ich muss ja mal kurz zurückspulen. Damit das für mich irgendeinen Sinn ergibt, was der da macht. So. Hier fehlt Vision. Okay. Er hat hier. Wollte hier noch ein Wort platzieren. Bleibt aber noch. Will hier wirklich die Worts clearen. Platzier den. Und hau ab. So. Vor allem. Guckt euch mal die Aufteilung an. Masterwork platziert ein Wort. Was ich verstehen kann. Will aber clearen. Bleibt also noch. Was gegen eine Komposition ist. Die dich so schnell catcht. Wie den räudigsten Kaugummi. Lässt sich da erwischen. Und was machen Hans und Jochen hier oben? Die machen den Baron. Die machen den Baron. Anivia ist in Tschetschenien. Fiora ist auf Twisted Treeline. Masterwork ist tot. So. Jetzt kommen die dazu. Wisst ihr mit was die beiden dazukommen? Der Hans und der Jochen. Die kommen mit dem Baron-Debuff dazu. Die haben 94 Kilo Baron-Debuff gesammelt. Was passiert also mit Joko, dem Tank? Ja, er schmilzt. Das ist diese grüne Suppe hier. Seht ihr diese grünen Pixel? Ein Debuff. Zack. Ripp. Hans ist tot. Hans ist tot. Wulight flasht da hoch. Hier kommt jetzt der Rest dazu. Man kann jetzt zwar noch hier Dings bekommen. Wendelboe interessiert niemanden. Ob Wendelboe tot ist oder nicht. Interessiert niemanden. Zack. Da kommt so Toris. Gut die Ultimator aufgehoben. Und der Ripper Roni. Man muss ja bedenken, dass sie ja technisch gesehen die ganze Zeit 5 gegen 4 wären. Cross-Q ist einfach in der Base. Der muss verteidigen. Sie hätte nur warten müssen und das war's. 4 gegen 5 hätte sich Inspire niemals getraut. Oder es wäre übelst verzweifelt gewesen. Das war terrible. Hans-Sammer weiß nicht wie Beschwörer-Zauber gehen. Geh, geh. Die wollen in der LCS mal spielen. So kommst du nicht in die LCS. Wenn du nicht an einem fricken Strang ziehst. Wenn du Blödsinn machst, dann mach's wenigstens gemeinsam. Dann sollen die alle beim Baron sterben. Wie Inspire. Die sind alle beim Baron verreckt. Finde ich total okay. Dann sterben die halt alle beim Baron. Aber nicht der macht das eine. Der macht das andere. Der Supporter wird beim Warden nicht abgesichert. Pretty ist sonst wo Fiora. Why? Das ist terrible. Und ich hab das. Ich sag das ja auch jedes Mal. Ich sag das jedes Mal. Wenn ich Challenger Series cast, was die Win Condition für ein Challenger Series Team ist. Und zwar ist es der Raid Boss sein. Du musst die anderen Teams zerstören, vernichten. Damit du eine Chance hast. Du hast natürlich gegen Giants oder so eine Chance. Okay, aber das zählt nicht. Oder gegen Rocket. Das ist auch aktuell ziemlich bad. Aber nicht mit sowas. Die konnten so froh sein, dass Inspire so hart versagt hat. Dass sie so krass getunnelt haben auf den Baron. Was für argumentierbar ist. Weil sie brauchen oder den Baron können sie nicht gewinnen. Das geht nicht. Nur die magischen 10 bis 8 Prozent. Wenn sich drei Leute hintereinander erwischen lassen und zwei davon nen Debuff vom Baron haben. Während die anderen beiden nicht da sind. Und Kase schon wieder um 5 gegen 1 oder 4 gegen 1. Weil Wendelbusch schon tot war. Der Trainer hat jetzt eine Glatze. Der hat sich alles rausgerissen hier oben. Weil der sich denkt, was ist denn hier los? Den wurde der Sieg geschenkt. Die Siege und Splitbush Komposition, die den Baron for free bekommt. Weil Joko Godlike genock-upt hat und gesmited hat. Gegen Kalista. Der hat in dem Moment Kalista hochgeworfen. Und das Smite-Duell. Der Knock-Up geht eine Sekunde, okay? Innerhalb einer Sekunde. Bei diesem übelsten Chaos. Im Pit. Das ist so gut. Und dann wirst du einfach nur mal weggebost. Das ist ja auch nicht lustig. Das ist ja auch nicht lustig. Manchmal schon. Aber ich will lieber einen Flash gegen die Wand sehen, als sowas. Gut. Genug geflamed. Gute analysiert. Gehen wir ins nächste Spiel. DeFischio ist jetzt auch gegangen. Jetzt der andere Kase. DeFischio ist gegangen. Ihr warst zu viel. Schnapp.